Ja, ja, alles klar, aber ich dachte schon, ich seh dich nie wieder, mein Junge. So leicht wirst du mich nicht los. Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe. Salim. Salim, danke. Wir haben nicht viel Zeit. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen. Also, ich weiß nicht. Ich habe jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen. Ich weiß nicht hinter was genau Marlow her ist, aber es ist bestimmt kein Schatz. Wir müssen dich stoppen. Drake, wir müssen los, jetzt. Yalla! Es wird nie langweilig, was Sally? Ha, darauf kannst du einen lassen. Ja! Yalla, yalla! Da, direkt vor uns! Vertrau mir, Dreck! Vertrau mir, Dreck! Salim! Dreck, wo bist du? Sally! Sally, bleib bei mir! Na, toll. Ach, passage! Die wissen wohl mehr als wir. So, und der rennt mal hier voraus. Bleib zurück, Sally. Ich schau mir das an. Alles klar. Tja, ich hab mich gefunden. So, da steht einer. Oh, ein Hammer. Ich mein, übelche Bewaffnung hier mitten in der Wüste. So, Sally ist mir... nicht gefolgt. Toll. Ja. Ein Headshot. Ja. Von allen Seiten, man hat auch sehr viel Deckung. Das ist, na, das ist Sally. Oh, schon wieder so ein Viech, der ist mir nicht angreifen kann. Ja. Ja, genau. Woher kommen die Jubal? Vorher stand ich neben den, der hat mich nicht gesehen und jetzt... So, wo rennt der dann hin? So, aber der an der Box, der schaut, glaube ich, in uns Richtung. Kann man das sehen? Ja, toll. Ja, toll. Da müssen wir irgendwie drüben rumlaufen. Da waren doch auch noch hier irgendwo zwei Stück. Na, da kommt einer. Obwohl, der läuft in die andere Richtung. Ja. 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 auch geil die Fetten mit zwei Schüssen hier naja da liegt die jetzt sind wir auch wieder ganz schnell unterwegs was soll das kann ich auch ziemlich guten Schatz versteckt sein ja jetzt ziehe ich mich nicht mehr weil jetzt bist du tot ja oh warum den Panzerfaust ich hab ne mg ach so auf die Laste so ich auch ne ja jetzt warte mal ach da stehen die ok hei 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 dann gehts ja ganz knapp äh hab ich die jetzt nicht getroffen wo liegt da noch mal eine natürlich nicht ja 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 jetzt kommen liegt davon was ist da vielleicht auch eine Apg irgendwo ne schade irgendwo muss doch noch eine sein ok da hinten wird es ein hammer liegen das macht gar nix Ah, doch. War da nicht da drüben? Eine Granate? Nein. Oh. Oh. Ja, das ist ja mal hier ein Megazoom. Ja. So, wo war denn der? Da oben? Komm ich von der Seite hoch? Nee. Wir sind von da irgendwie. Eieieiei. Da kommen so die Laser aus dem Sturm raus. So, wo sind die Laser-Fuzzis? Nummer 1, Nummer 2... Hallo? Oh Mist! Nein. Warum hat er die nicht weggeworfen? So, okay. Jetzt stehen wir... Woh... Ach so... Ach so... Was liegt denn da? Ach, die G-Mall. Ah, eigentlich besser wie die Pumpe. Oh, steht er da? Na? Hey, immer von überall kommen sie. Nein! Gerade abgedrückt. Ja, was ist los? Ja, hallo. Ist auch komisch, dass die mich kilometerweit hier durch den Sturm sehen. Ist eigentlich noch der Hammer dann da? Oder nicht? Nee, schade. Ja. 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 Ja, setz. Nein. Immer nicht die Waffe. So, komm, ich mach's fertig. Okay. Ich will auch ein Scharfschützengewehr. Ja. Hallo. Wo kommt denn der hin? Ja. Was war das denn für ein Move? Ja. 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 Ja, ja. Ist er schon tot? Na, das war nichts.